hallo und herzlich willkommen zu hallo night das wollte ich nicht ja es geht weiter ich habe letzten part eigentlich gemerkt ich habe durch durch nicht gerade sehr viel gesagt tut mir leid wenn ich so aufgefallen werde im spielen ich versuche mich zu besorgen ich habe immer noch keine karte also rede ich jetzt irgendwelchen schwachsinn außer natürlich die atmosphäre ein bisschen ich habe vorher in atmosphäre ein bisschen mit atmosphäre ein bisschen besser merken das habe ich gemacht genau jetzt geht es weiter jetzt mal den typ hier ist das one hits und das one hits okay gut weiter geht es ich rede immer noch keine ahnung das soll ich da runter ich bringe einfach komm ich jetzt raus keine ahnung königspass ah kann ich jetzt wieder hoch ich bin hier wieder hoch das habe ich jetzt gar nicht gedacht dass das passieren wird oh mein gott gott das ist ja nicht so einfach so bin ich jetzt wieder oben oder wie oder was da geht nicht ich habe ich doch vorher gesehen oder ja 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 gut und jetzt jetzt wieder zurück aber ich habe einen weg gefunden oh mein skill heute ist ja atemberaubend ich habe noch keine karte ich möchte die karte habe ich das schon gesehen heligorp der großdenker ich glaube schon wow das war ja hier genau ich erinnere mich oh mein gott das kam jetzt ein bisschen überraschend hop 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 eigorp und jetzt ich habe keine ahnung zweiter geht denke mal nach unten irgendwie da ist man auf die andere seite schauen wir mal vielleicht finden wir ja kein blastschimmer irgendein typi oder so vor allem ich möchte mal die karte haben ich hoffe da hat man nicht gehört ich habe mich nur gekürzt zack zack ah das ist so cool einfach nur oh verdammt soll ich runter ich spring einfach runter ist mega YOLO oh cool Königside da war da war doch wieder solch ein ah zwei zwei also das kann man mehrere sammeln okay gehen wir mal weiter aus wow ich komme hier nicht weiter ne Scheibenkleister ja gut dann dann schaue ich mich halt in jeder etage ein bisschen um weil warum nicht ne zack 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 langsam den Bogen raus mit dem spring und shit könnte ja genau so das mal machen wow das sieht verdächtig aus genau zum shit höre wesen diese worte sind euch allein bestimmt sie aus der kliffen weiten erstrecken sich endlos sein keine welt wirkt sich jenseits ihrer Tolkien genug ist dessen lehre zu sich queren müssen preise für zahlen und auf den edlen geist verzichten den diese königreich verleiht was sie sterben nee hier uh nah allein des wanderers cool da gibt es ja dinge zu entdecken das gefällt mir hier uh ha ups da wisstest du ja ich höre dich doch aber ich sehe noch keine Blätter dann ist er da oben oder wie ah da oben ist ein Blatt hi wie heißt der Lucif kann ich ver- genießt die frische Luft gut wir sind hier ziemlich nah an Highlands-Nassers Grenzen und da unter verlassen einhöhlen es umgehen in dieser Richtung möchte ich nicht mehr weiter gehen obwohl es eine schöne Erwechslung zu der eigenen in der Höhle war aber eine kleine Karte von dieser Gegend angeht es ist sehr einfach und muss eigentlich noch fertig gezeichnet werden ein Gebiet nicht vollständiger Kunde zu haben kann sehr frustrierend sein genau das möchte ich juhu juhu so schade ist das alles ich habe oben auf dieser Klippe einen merkwürden Käfer getroffen sein Haus ist nicht weit von hier in einer sehr passanten Figur zweifellos täglich mit einem Nagel ich vermute du und er ich habe mehr gemeinsam als er und ich ja cool nice habe ich den Cornifer ich muss mir den Namen mal merken von Cornifer äh ups pfff gut und hopp ah ich glaube das ist viel ich soll hier noch nicht sein hiiii konifah wieder schauen ja gut sonst noch was schönes hier ich weiß es nicht ich weiß es doch nicht jetzt dann gehen wir mal hier weiter hi Käferchen zack ah der cooldown das nervt schlagen wenn ich so schnell wieder schlagen kann wow wow hab ich hab ich gut gemacht ne haha oh mein Gott hopp 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 oh hopp und hier zack warte warte ich habe so das Gefühl ich komme nicht mehr so weit ne vielleicht finde ich ja was das ist da rechts unten weiche schon fängt mir nix zack zack ich setze mich schnell auf die Bank dort gut bei dem Typen ja Bänkchen da könnte man noch weiter aber sonst was verpasst mich da nach oben glaub zwar nicht dennoch mal was zu sagen die Leute müssen kommen dein alter Meister zu besuchen ein i red ich kaum für die bitte setze dich du kannst immer gern mit mir meditieren er schläft einfach es ist nicht meditieren mein Jung es ist schlappen gut oh oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott mein Gott das Treffen heute ich treff ja richtig gut gibt es nichts mehr gibt es nichts mehr ah verdammt mhm möchte runterfallen schau schauen wir mal dass hier was schönes gibt gib ich hier hin jetzt wenn ich vielleicht komme ich ja jetzt woanders auch noch hin mal ein Starkgebiet und jetzt nicht mehr so grad Statik versuch's mal zack zack oh mein Gott da hab ich was gelernt ja 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 kenn ich zack da hab ich schon ich weiß ja nicht vielleicht hab ich ja was vergessen oder verdammt oder keine Ahnung ich finde noch irgendwas gratis leben vielleicht nicht direkt beim ersten Gegner wieder weg ah cool Geld, Geld, Geld Geld regiert die Welt verdammt das schafft man doch oder das schaffe ich in dieser schräge wende kann man nicht springen nee geht nicht aber das ist neu du höhere Wesen diese Worte sind euch allein bestimmt verbergt in unserer Land nicht eure wahre Gestalt zeigt uns eure Erhabenheit denn nur dieses Königreich kann euresgleichen über hervorbringen hoch der Falle was das ein Talisman ich hab mir den Zorn und den hellentum deren die kurz vor dem Tod stehen ich sag das Träger sich erhöht wenn dieser dem Tot nahe ist aha ah cool lord zack 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 hopp geh doch zack 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 ja das hab ich auch schon gelesen hier ist die Tür ähm lauuuuff zu springen schau mal was denn schönes hier Mistmut gibt um mich zu erreichen da sind die meisten auf uns ständlichen Pfade um die Klippen herum heute ist es ein langer Weg aber zu blider Zeit das Königreich war es viel einfacher es gibt einen alten Pass in den Klippen der einst einen einfachen Zugang ermöglichte die Brücke dorthin ist seit jeher zerfallen verfallen und außerdem versperrt eine gewaltige Tür den Weg allerdings kann ich nicht klagen denn dadurch kommen hier immer nur sehr wenige Reisende vorbei ich würde nicht wollen das Horn vom Käfer ein Mistmoder entrudeln ich mag die Ruhe aha ausschöpfen heulen es ist ich bin müde ich setze mich mal hin ne was gibt es denn teuer schönes zu kaufen mit meinem viel Geld ne viele viel Geld warte ich bin warte ich werde nicht wohl du warte ist nicht dass ich habe weil hast du was so viel gekauft kann man da hinten eigentlich bei ihr was kaufen detailliert und shit ich könnte eigentlich pilzöde kann man noch weiter da links sonst so die station der königin gehen wir zur station der königin werden wir uns mal dort ein bisschen besser um vielleicht ja weiter hoffe doch ein bisschen fortschritt habe heute heilgeber lass uns reisen ja lauf 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 gut jetzt bin ich hier zieh mich schnell hin zack dann schauen wir mal war hier nicht wenn du ja du hi wieso hattest du grösser knuppel gewesen du liegst du riechst ja leckerbissen geh ich mal hoch war doch irgendwann weg den ich nicht weiter kam also hier ist zu und hier komme ich wieder zurück in die nebelschlucht da ist die bank ich kann eigentlich der bank ein bisschen bezahlen ich brauche sie sowieso nicht in dem fall schadet nicht oder sie sagen für mich so dass ich jedes mal da hin muss wo dumme quallen blub blub genau ich habe mehr Sinn die so zu töten weil ja kennt sie ja noch von what lol habe ich denn gerade mit meinem Kopf hochge dingsbumsend hm hier geht es nicht weiter hier geht es nicht weiter wow das war knapp blub 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 die Blase muss platzen die Blase muss platzen die Blase muss platzen wie es mich doch trifft ok hier komme ich weiter rechts rum ich habe so was für keine irritierung hier blub 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 ha 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 ich gehe weiter ja stimmt der war ja was verdammt mein gott warum warum nein tot ja gut dann war es das für diesen Part dann holen wir uns dann im nächsten Part wieder im nächsten Part wieder mit den Nebelschlucht was eben nicht ok dann sehen wir uns im nächsten Part wieder ich hoffe es hat euch gefallen bis dahin und ciao ciao